Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian vom Technik Loft und heute dreht sich alles um den DJI Pocket 3. Denn drei Jahre nachdem der Pocket 2 auf den Markt gekommen ist, erscheint in wenigen Tagen die neueste Generation des Mini Gimbals. Und was soll ich sagen, das Warten hat sich absolut gelohnt. Hauptfunktion des neuen Gimbals und die Hauptbesserung ist, dass es jetzt einen deutlich größeren 1 Zoll CMOS Sensor gibt, der unfassbare 4K 120 Frames pro Sekunde aufnehmen kann. Also in diesem kleinen Formfaktor 120 Frames pro Sekunde in 4K zu haben, ist schon der Wahnsinn. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das bedeutet, dass wir in Full HD 240 Frames pro Sekunde oder sogar noch mehr sehen. Was natürlich vor allem für cinematische Aufnahmen hervorragend ist. Zusätzlich dazu steigt aber auch die Diagonale vom Display deutlich an von 1 auf 2 Zoll. Und ja, eine doppelt so große Display-Diagonale, vierfach so große Display-Fläche. Und was soll ich sagen, das ist auch für mich eine der wichtigsten Verbesserungen. Denn bisher war das Display so klein, dass man dort selten erkennen konnte, ob jetzt zum Beispiel was im Fokus ist oder nicht. Und da ist ein deutlich größeres Display hervorragend. Und dieses Display ist sogar drehbar. Und das bedeutet auch, dass wir unter anderem echte Hochkantaufnahmen machen können, wie zum Beispiel auch bei der DJI Mini 4 Pro. Und das ist natürlich auch sehr cool, nativ hochkant in 4K 120 filmen zu können. Weitere Verbesserungen beinhalten Active Track 6.0, D-Log M und 10-Bit Video Recording. Das heißt, wir haben auch ein flaches Bildprofil und deutlich mehr Details in den Aufnahmen. Stereo Sound, die immerhin noch oder immer noch kompakten Maß, also der Gimbal ist nicht wirklich viel größer geworden. Und es gibt natürlich auch eine Combo-Bundle-Version. Und auch die wird wieder ein kabelloses Mikrofon haben, wo ich schon ein großer Fan von war, beim DJI Pocket 2 Creator Combo. Und dieses Mikrofon scheint in diesem Fall sogar transparent zu sein, wo ich sehr gespannt drauf bin. Auf dem Foto sieht es auf jeden Fall schon verdammt gut aus. An den Start gehen soll der Gimbal am 25.10.2023. Die Preise sind leider noch nicht bekannt. Ich rechne durchaus so mit 700 Euro fürs Creator Combo. Und ich werde mir den Gimbal auf jeden Fall kaufen. Insofern abonniert den Kanal für Videos zum DJI Pocket 3. Und den Link zum Pocket 3, sobald er erschienen ist, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und lasst mich gerne mal wissen, was ihr von diesen Verbesserungen haltet. Ich glaube, da hat DJI eigentlich so alle Wünsche auf einer Wunschliste erfüllt und ich bin sehr gespannt. Watch me now Roll like fun, we're gonna save the ground Can't stop me now Rechneet Lechneet Vielen Dank.